Das kann man mit Prügel allein streben. Oh, wenn ich was Grünes gefunden habe und die kann mit Blau und Lilo ummelken. Ja. Wo muss man hin? Ach, zum Pier, oder? Hast du hier irgendwas? Den Panzer, oder? Den Panzer muss ich, weil der ist mir am wichtigsten, damit ich Peacekeeper vorantreibe. Ich muss eigentlich festmachen für den, aber dann habe ich schon noch drei. Dann lass uns mal hier Wetterstation gucken. Ja. Pass auf, dass nicht von rechts jemand kommt und uns erschießt. Okay. Da ist ein Spurm. Ich glaube gerade ein Spurm sollte nicht sein. Das sind wir, glaube ich. Wetterstation könnte auch einer sein. Oh! Ist schon ein Beschuss, Alter! Aber vom Feind was war denn das? Das sind Guns, das sind Guns. So ein Aim hat kein Spiel, oder? Oh, Alter! Ja, das sind Guns, du hast recht. Alter, aber wie's... Ja, das sind 100% die Guns. Ja, glaube ich auch. Hier bis hierhin. Los, hier rüber. Ja, ich renne hier komplett rein, hinweg. Ja, lass uns von hinten ran. Lass uns von hinten ran, dann. Ich renne erstmal hier über den Zorn wieder. Ne, bleibt drüben, ich komme rüber zu dir. Achso, okay. Lass uns von hinten das Pferd aufzäumen. Wir umgehen die ganze Scheiße hier. Auf jeden Fall. Oh, nicht, dass ich an eine Mine reinlatsche. Ja, dass ich nämlich gerade das Schild hier... Einfach mal die Guns da am Start. Äh, Wahnsinn, ey, wie's auf einmal auf mich zukam, aber so aus wie bei Sparmos. Ja, ich hab' die Red Tracer gesehen. Verrückte Gesalzen am Fliegen. Wir können sich andere auseinandernehmen lassen. Mhm. Wir haben das nicht nötig. Äh. Eine andere Mission. Ja. Ach, siehste, ich hätte mir gleich mal das Setup wegspeichern können. Fällt mir gerade ein. Na toll, die Guns an der Wetterstation. Mhm. Hätte man jetzt ein vernünftiges Sniper Scope und sowas dabei, könnten wir die bestimmt geil holen. Hab' ich ja, aber... Ne, die haben mich ja sofort gespottet, Alter. Da war nichts mit. Aber auf was für ne Range. Ich hab' die Gugel fliegen sehen und ich wusste, ich kann noch ausweichen. So weit war das weg. Von da hat mich BigPipe mal am Lolli beim Looten weggemacht. Mhm. Ja, da hab' ich keinen Bock auf diese Typen, Alter. Das ist... Das muss nicht sein. Das ist kein Zugerschlecken. Verstehen keinen Spaß. Ne, ne. Ja, aber... Wie krass, Junge. Gleich Beschuss auf tausend Meter Entfernung. Ja. Leider nehmen wir uns in der Nähe von denen. Mhm. Aber wirklich, sah aus wie bei Star Wars, oder? Wie die Schüsse ankamen. Ja, ja. Richtig am Fliegen. Ja. Der ganze Wald voll mit Tracer. Ey, ich wollte grad sagen... Wo ist denn jetzt der Dings hin? Oh, du Customs. Ich dachte, es ist noch nicht gerendert, aber es ist ja... Die Map ist ja neu. Das Dumme ist ja, wir müssen trotzdem da in die Nähe. Ich hoffe, die Latschen da nicht spazieren und schießen dann auf der anderen Seite, wo der Panzer ist. Ja. Irgendwas komisches, soundmäßiges. Sollte wohl Schüsse darstellen. Au. Ich wusste nicht... Konnte es nicht identifizieren von wo. Wetterstation, glaube ich, würde ich sagen. Ja. So, ich muss hier hoch an den Sendemast. Ja. Da muss ich, glaube ich, was jammen. Ja. 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 Justine. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Pass auf, geh nicht so weit drüber, nicht, dass sie dich spotten. Okay, wir können weiter. Ich würde ja nicht ungern über das freie Feld rennen. Jetzt muss ich noch mal einen Grauen Zero wegen einer Weinflasche, so ein Mist, ich dachte schon du hast alles geschafft, ne eine Weinflasche musst du noch, da ist viel Action im Moment, okay. Ja, das stimmt. Ehrlich? Ja, das stimmt. Eher, der sich bei der Quest Zeit gelassen hat oder kurz vor dem höheren Level ist, der weiß, der muss jetzt da hin, die gehen dann mit Druck da rein, mit besserem Bier und dann hast du da zu kämpfen. Ah ja, dieser Arschlöcher, man, sollen die doch in Ruhe lassen. Naja gut, aber so ist es, kannst du ja im echten Leben auch nicht sagen. Ist ja schon mal gut, dass es nur bis Level 20, sag ich mal, aber ich habe gestern ein Bestidi, so ein Short gesehen, da hat Bestidi irgendwie ein Level 14er erschossen, da hat es schon 5er Body Armor, fetten Helm, ne RFP, ein bisschen gesponsert von nem Kollegen bestimmt, der hat ihn das eine Runde mitgebracht, der hat überlebt. Ja, kann sein. Ja, und Bestidi, der hat dann die 5er Body Armor angezogen und dann hat man da vom Scaf erschossen. Das ist doch. Hat er sich aufgeregt? Ey, 5er Body Armor total nutzlos, da ist ein Scaf, der erschießt mich. Okay, es war ein Scaf Spieler im Endeffekt, aber trotzdem. Trotzdem hat er ja keine Bomben-Muni, ne. Ja. Das hatte ich auch das Problem, wenn ich die 5er Beste und die 6er Beste bezahlen habe. Die haben nie einen Schaden genommen, Alter, aber ich war immer Red. Ja. Die hätten die Map ab Zugang zum Flea sperren müssen und auf 8-10 Spieler begrenzen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ab Level 15 Map Begrenzung gibt es nicht mehr. Ja. Weil wegen Flea. Weil nach dem Flea hast du da echt gute Karten, um dich hoch zu machen. Ja. Und das ist eine gute Idee, Oli. Das gefällt mir ganz gut. Da hat es ihn gerupft. Wen? Doktor Teufel, hast du schon wieder an der Bulle genuckelt? Da hat es ihn gerupft. Na, man hat sich jetzt hackt's. Hackt das Stream. Gibt wohl doch eine neue Hardware. Ehrlich? Äh, achso, mein Stream ist weg. Hä, mein Stream ist weg. Schau mal schnell. Nö. Also ich... Ja, bei mir läuft's. Ja, läuft's noch, ja. Ja, bei mir auch. Oh, mein Handy ist irgendwie zugegangen. Dein Stream. Da hat es ihn gerupft. Warst kurz weg, ja? Ach, echt? Ach, Alter, hör doch auf. Warum das? Das ist doch Mist, Mann. Ach, Mann. Ich kann mir keine neue Hardware leisten. Beim besten Willen nicht. Das geht nicht. Oh, kurz offline. Jetzt läuft's wieder. Besser, Mann. Ach, das ist doch alles kack. Ich könnte nur noch weinen, Mann. Ich könnte mal, was ich probieren könnte, mal bei Amazon, mal eine Capture Card noch mal bestellen. Und wenn das nicht mit der Capture Card ist, dann halt die wieder zurückschicken. Plus... Ja, zum Testen. Aber... Grafikkarte kannst du abhaken. Ich kann mir hier keine 2.000 Euro mal... Ja, aber da hätte ich aber auch nicht jetzt so in Ruhe spielen können, glaube ich, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist alles sehr eigenartig. Ja. Ich... Entweder ist es die Capture Card oder das Windows auf dem Gaming-PC spinnt. Das spinnt irgendwie. Das ist irgendwie dumm. Ich weiß es nicht. Aber ich meine jetzt, so geht's ja auch. Aber sobald ich den Monitor an den Streaming-PC anschließe, geht hier nichts mehr. Das hängt der Film an. Ja. Okay, wollen wir rüber? Jetzt, go. Äh, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, eigentlich müssten wir zum... Den letzten Panzer jetzt eigentlich. Und dann bin ich mit meinen Dingen durch. Und du musst noch zum Resort den letzten Dingen markieren. Ja, dann machen wir hier unten im Graben weiter. Ja. Rüber zum Steff-Bunker. Jetzt hab ich den Schuss auch gehört. Mhm. Aber ich müsste dann eigentlich noch ins Rest, oder? Mhm, meine ich ja. Da muss man diese Leichen-Ablauf-Geschichte alles in einem machen bestimmt, ne? Ja, das musst du am Stück machen. Okay. Mhm. Wir könnten jetzt hier hoch... Ja. Ich renne schnell hin, markere den... Den... Ich muss ja zwei Sachen markern. Ah, oder erst... Ne, komm, wir laufen erst hinten rum, dann sind vielleicht schon ein paar Leute aus dem Resort weg. Genau. Ein bisschen Zeit bedeutet. Mhm. Geht schon wieder. Was ist das denn jetzt? Das kann doch nicht der Sniper sein. Mhm. Der zweifelter Versuch eines Hektenschützen. Der blöde Bär, Alter. Da war ich mich jetzt erschrocken. Junge, Junge, Junge. Auch diese Schaufensterpuppen im Kino auf Streets, Alter. Ja. Jedes Mal mach ich die Tür auf und denk, da steht einer. Ja, bis dann einer sagt, da einer steht. Ja. Und du denkst, ey, ich muss nicht schießen, dann schießt er. Ja. Ich glaube, die Entwickler haben sich tierisch kaputt gelacht, als sie die Idee hatten. Den kleinen Arschlöchern zeigen wir es. Die scheißen sich ja jedes Mal ein, wenn sie die Tür aufmachen. Ja. So, ich kann da mal gucken. Mit dem Scope hier ein Sniper, seinen Unwesen treibt. Mhm. Da unten ist mein letzter Tank, ne? Ja. Ja. Ich sehe keinen. Okay. Soll ich kurz zum Panzer rennen und dann wird es rückkommen? Warte, ich gucke nochmal hier runter im Bunker, ob ich Steady sehe. Okay, Schatz auf der linken Seite vom Reserve. Nice. Ja, nice wäre es noch beim ersten Schuss tot gewesen, aber. Es ist schon nice, dass er tot ist. Ja. Und nicht du. Okay. Ja, das stimmt. Oh, warte, oh. Oh, okay, ist noch einer? Ja. Der kommt runter. Ja, habe ich gesehen. Da stand hinter dem Baum, der Drops. Der hat einen Flugkopfball gemacht. Ich komme dann mit runter zu dir, John, weil dann gehen wir von hinten rein. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, wie ein Marker hier dran ist. Yes. Da fehlen doch Bäume, Alter. Die haben doch gerodet hier auch. Gebüsch, alles weg. Und eine SKS. Mit HP Muni. Nimm alles mit. Ich brauche nichts. Ich bin reich. Zeit schon abgelaufen? Äh, 10 Sekunden. Okay. Okay. Na dann, auf geht's. Grab metal, perish. Achso, warte, ich will noch schnell Fallkrippen. Natürlich. So viel Zeit muss sein. Mhm. Oh, essen ist ja auch wichtig. Ich bin fast verhungert. Sollte man machen, ja. Hast du was? Brauchst du was? Ja, ich speise erstmal festlich. Natürlich. Schönen Sauri hinter die Binder. Mhm. Sehr her Kraft und Sauri. Okay, kann losgehen. Okay. Kann losgehen. Ja. Hier vorne. Hier vorne. Hier vorne irgendwo direkt. Auf einer mit einer Schroflinte glaube ich nicht, dass ich das richtig gehört habe. Was? Boah, der schießt auf mich. Hä? Ich weiß nicht von wo. Von rechts irgendwie höre ich den. Ja, ich höre die ganze Zeit so Sniper Shots auf mich, aber ich sehe ihn nicht. Egal, sollen wir ihn einfach abhauen? Ja, wir hauen einfach ab. Okay. Ey, erst dachte ich es kommt von vor uns und jetzt war es irgendwie von rechts. Ja, ich glaube da. Kurz. Ja. Ja. Ja, ich rufe so. Ja, ich rufe so. Ja, ich rufe so. Ja, ich rufe so. Ja. Ja, ich rufe. Im Rufe. Ja. Pflanzige Leuk. Im Rufe. jetzt merke ich ja wie es in die knie geht das system wollen wir außen lang laufen so 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 da vorne ist einer der haut ab mit dem heli schön rennen zwei stück oder bist du auch hinter der mauer ich bin jetzt bei neben dir rechts schießt du ja auf mich schotz wer hat auf jeden fall hart hitzt der bruder schießt du auch ich bin jetzt bei zweiter mit dem schießt schießt Runaway, man. Oh, bei mir ist was drin. Läufst du draußen? Nee, ich bin drin. Ey, ich bin draußen. Ich bin draußen. Okay, da kommt was raus. Ja, ich sehe ihn. Skev? Ja. Okay. Sehen die noch da? Ich meine schon, ja. Ich habe noch Movement. Genau hier auf der Seite irgendwo. Richtung Busseil der Stänger. Ja. Ja, ist man noch da. Ich werde den. Okay. Dann beten wir mal ein bisschen mit Heilanimation. Ich muss gerade schießen auf einem Skev. Da wird eine AK vergedämpft. Ich werde das. Geht. Ich werde die. Ich werde. Dann wirst du sterben, Mann. Ja, ja. Lass uns, super. Okay. Du bist genau wo? Ich bin jetzt drinnen im Ressort in West Wing, hinten in das erste Zimmer. Und guck da rüber auf diese Plattform, wo der LKW steht. Weißt du, wo hier die Straße hinterm Zaun runtergeht? Kannst du nicht bei dir in die zweite Etage gehen und genau hinter mir gucken? Weil dann müsstest du die doch eigentlich sehen, oder? Mit deinem Scope. Könnte ich machen. Soll ich im East Wing? Ich bin direkt hier nämlich am Stehen und die haben direkt die Sicht auf mich, wenn ich hier abhauche. East Wing oder West Wing im zweiten? Also der Krankenwagen ist vor mir rechts, wie ich gerade stehe. Ah, okay. Also so gesehen rechts vom Helik, wenn der Helikopter ist, steht der mit dem Rücken zu uns. Ja, und das ist... Okay. Die rechte Seite davon, da ist so ein kleines Häuschen. Da stehe ich vor und hinter mir sind die genau. Ich seh dich. Ah, okay. Und genau hinter mir sind die. Genau hinter dir. Ich guck mal hier hoch. Warte, ich mach mal ein bisschen... Warte, ich mach mal ein bisschen... Einfach ein bisschen, damit die sich vielleicht zeigen. Hier in dem Bereich sind die. Die aimen mich halt ab, wenn ich hier weg sein will. Ich... Ja, ich hör die. Der ist genau hinter mir. Hinterm Haus, ja? Genau hinterm Haus ist der. Wenn du da die Ecken up-aim, dann hast du den gleich, glaube ich. Bleib, bleib hinterm Haus. Nein! Nein! Schon. Aber jetzt gehen die mich lupen, dann haust du sie weg. Ja. Oder... Ich guck mir das jetzt an bei dir. Hauptsache es kommt ja keiner angeschissen, macht mich klar. Du haust die jetzt weg bei dir. Außen. Mist, Mann. Warum bist du nicht hinter deiner Hütte geblieben? Ich hab ihn gehört. Ich hab gedacht, ich kann den vielleicht einen Peak auf den kriegen. Oh, kurz offline. Jetzt... Achso, läufts wieder. Ja, das machen wir schon. Aufs Dach? Ne, aufs Dach will ich nicht. Was hören die dann auch? Nein, nein, nein. Das reicht hier. Ich hab jetzt guten Blick. Reicht vollkommen das perfekte Video auch drauf. Reicht. Die können ja nicht über den Zaun springen. Die müssen ja reingelaufen kommen. Die können auch nicht anders an meine Leiche kommen. Das heißt, den ersten tappst du weg und den anderen sprayst du weg. Er hätte links gehen müssen. Ich meine rechts. Da geht's schon los. Okay, links. Ne, rechts. Achso, ich meinte rechts. Ja, unter links. Ja, ja. Er hätte eigentlich dahinter bleiben sollen. Ja, das hätte ich auch eigentlich machen sollen. Hm. Ich sag's noch. Und da war's passiert. Genau. Als ich auch wieder zurückrennen war, da hab ich den in mir gefangen. Da kommen sie. Jetzt kommen sie. Geil. Hol den euch ab, Jungs. Legt euch hin. Lootet. Macht euch ruhig. Geil. Kein Stress. Tschüss. Der erste liegt. Was haben sie denn davon? Wir haben doch gesagt, er sterbt. Ja. Ungeschützt. Kein Helm. Heißt er? Da. Ja. Mhm. Stellt sich da hin. Wie der Larry vom Bahnhof. Und holt sich das Main ab. 22 auf jeden Fall. Okay. So, jetzt müsste der andere noch kommen und seinen Kumpel retten. Ja. Rette meinen Loot. Rette meinen Loot. Ja, mach ich. Mach ich. Warte mal. Ich glaube, er kommt ins Resort rein. Außen weg die Drexer. Unter mir lootet einer. Ja, er hat die Ruhe weg. Vielleicht läuft der an dem Drop vorbei, dann kannst du den von oben holen. Der andere hat aber Klaas gehört. Mhm. Safe hat er gehört. Der wird nicht den gleichen Fehler machen. Mhm. Der andere hat wahrscheinlich das Weide gesucht. Ich glaube, der hier unten gerade gelootet hat, gehörte nicht dazu. Wie gut, dass du ein Scope bei hast. Ja. Geil. Der Olli. Geil. 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 Hier ist Betrieb. Aber hier über die 3 können sie ja nicht kommen, oder? Es geht ja nur über die 2 runter und dann hier die Treppe hoch. Das weiß ich nicht so gut, wie ich das Reward glaube ich. Ich glaube, 3 ist blockiert. 9. 5. 6. 6. Das war's für heute. 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 Ich dachte, ja, wo sind wir denn gesporen, sag mal. Ich weiß es gar nicht mehr. War das der Raid, wo die Typen am Dings oben standen? An der Wetterstation? Ja, genau. Die Kunze. War das der Raid? Mhm. Ah, okay. Okay. Aber schaffen sollte ich es eigentlich. Es ist ja bloß jetzt hier an dem Berg vorbei, bei den Skeps da unten. So an der Kirche hier. Und dann sind wir ja schon auch da. Also vier Minuten sollten reichen. Aber er... Ach du Scheiße. Ich habe keine Energie mehr. Das fehlt mir jetzt auch noch. Jetzt kommen die Probleme an. Dann schaffe ich es nämlich nicht mehr. Äh, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah ja. Baustelle. Seid irgendwas prompt. Ja. Oh, ey. Weißt du. Manchmal weißt du nicht mehr... Ach Scheiße. Oh nein. Manchmal weißt du nicht mehr, welcher Rate was war irgendwie. Du kommst raus und wunderst dich. Oh, ich habe einen Skep erschossen oder ich habe einen Spieler erschossen. Geht euch das nicht so? Also mir geht das relativ oft so. Dass ich mich im Nachhinein nochmal wundere und sage, ach ja, stimmt ja. Ja, das habe ich manchmal, wenn ich in der Runde so anfange, den ersten relativ früh töte. Ja. Sagen wir mal einen Spieler, dann weiterspiele, spiele, spiele und dann irgendwann denke ich mir so, wenn ich die Leute angucke, hä, wann habe ich den ersten denn getötet? Ja. Ja, man vergisst das halt. Ja. Man läuft halt meist die gleichen Wege, fast ohne Veränderung. Und auf uns läuft dann einer da vorbei, den Tötetwunden manchmal nicht. Aber den einen haben wir noch über den Jordan geschickt und geschröpft. Da kriegt es seinen Mist auch nicht wieder. Das war wichtig. Ja, sehr gut sogar. Ja. Wir haben ihm gesagt, hau ab, Alter. Rein theoretisch schon einmal überleben, das ist auch easy. Mhm. Dann können wir jetzt das mit den Ablaufen machen, das musst du ja auch machen, oder? Das müsste jetzt, glaube ich, auch dann kommen. Ja, ich habe noch nicht alles markiert. Ah. Hey, der Krankenwagen haben wir ja nicht mitgenommen, ne? Da in den Krankenwagen noch und die, ja, noch die anderen, ja, Stashes da, wo das Traffic-Zeug da rumliegt. So, dann haben wir noch easy rausgeschafft. Ja. Ja, wie gesagt, echt. Manchmal ist das auch so ereignisreich, irgendwie. Na, sag ich es mal ein bisschen. Und eine Dreiviertelstunde, danke, Svenny. Dreiviertelstunde durch, hier fast verkostet. Mhm. Geht schon was verloren, gedankentechnisch. Heute keine Kamera. Amdu, es geht nicht. Also ich habe komplett anderes Setup. Auch kein Streaming-PC mehr. Es läuft jetzt alles über Single Setup. Keine vuoter Noem. So. Okay. So. Und dannaku.